. Herzlich willkommen zu Folge 1. Bloodborne knallhart durchgenommen. Oh mein Gott. Naja. Einfach auswählen, was dein Charakter ist und nicht powergamen. Nein, aber ich sag ... Einfach mal suchen, was ist dein Charakter, was ich will, wann. Und nicht das Beste wählen, was geht. Genau, da hab ich gesagt, nichts nutzt. Da hast du gesagt, nein, dafür sind die Werbung zu schlecht. So, jetzt hab ich nichts nutzt. So, der wird dann immer schmerzlich. Es ergibt keinen Sinn, warum er mit femininen Gesichtszügen immer schmerzler wird. Aber ich bin cool damit. Nee, es ist offensichtlich ein Mann, aber ... Es ist ... Genderbender. Ich hab keine Ahnung, was ich vor mir habe. Die Brille macht's auch noch für mich völlig kaputt. Ich weiß auch nicht, was er ist. Ah! Da brauch ich ein bisschen ... Entschuldigung, ich kann nicht zuhören, aber ich brauch ein bisschen Reichweite. Nein! Da bist du bei Rocket Beats falsch. So, und das war der Moment, ab dem Simon nie wieder rankam. Nein! Bein, ja, nie wieder rankam. Der Ball! Hau ab! Hau ab! Der Ball kommt ins Rollen! Nein! Hau ab! Ja, Mann, es ist ... Nun bin ich sogar zu spät. Alter, Simon, du machst mich ganz wahnsinnig. Weil ich ... äh ... falle, ne? Und wie du's überlebt hast. Aus irgendeinem Grund überlebst du's. Das war natürlich so geplant. Es ist unglaublich. Kaya! Das war der falsche Button! Nein, nein! Es war wieder mal R2! R2-Mon! Nein, shit, du kleiner R2-Mon! Dich würd ich gern abbauen und ... Scheiß auf deine Familie! Das ist schon hier, dein Nils Schwert. Ah! Was ist denn hier los? Backstein, Johnny. Ich komm jetzt. So ist das mit Nils Bummer. Liebe Frauen, so ist der letzte Satz, der an einem Arm mit Nils Bummer fällt. Oh, das ist toll, dieses Spiel. Ich mag das Design und alles. Guck mal, wie schön das hier so alles ... Der Stoff. Das ist total unspektakulär, weil ich genau weiß, du schaffst ihn, deswegen kann ich ihn mal kurz ... Nein! Er will eine zweite Phase haben! Achtung, zweite Phase, oh Gott, er ist groß! Ich komm nicht mehr weg! Ich kann nicht mehr weg! Ich wusste doch nicht, dass er eine zweite Phase hat. Ja! Da brennt er, der Pater! Das hast du noch mal spannend gemacht. Nice! Was haben wir? Grabschlüssel bekommen? Bodium, Grabschlüssel, ja. Ah, sehr gut. Fuck! Tada! Be like water, my friend! Nice. Gehen weiter in Richtung der Seelen, die du ... nirgendwo, irgendwo ... Oh, wie konnte das passieren? Aber nur 3.000, nur 1.700, was ist denn ... Das kann doch zahltechnisch gar nicht sein. Das würde ich nicht ... Was ist denn wohl passiert? Das würde ich nicht hinterfragen. Oh, monsthaft ... Ah, du arschgesichtiges ... Ey, was ist ein Resident-Evil-Moment gerade? Ja. Ah, du ... Geburtiges ... Ja! 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 Ja, kein Problem. Ja, 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 ja! Das hat überhaupt gar kein ... Das war gut, das war gut, das war gut. Und scheiß nicht, das war supergut. Hast uns schön gezeigt, immer wieder noch einen mitgegeben. Bastard, ey, das ist so befriedigend. Was? Was? Was war das denn? Was war das? Was war das? Ich glaub, den kenn ich gar nicht. Guck mal, wie viel der aushält. Fühl den, der ist doch superspannend. Ja, ich will ... Oh! Sag ich ja! What the fuck? Weg wollt ich von dem! Der hat dir zwei Schläge gegeben und du bist tot? Und trägt währenddessen einen dicken Sack auf der Schulter. Also, so könnte Harry Potter auch aussehen. Alter! Oh, ist das geil. Nein! Vorhin auch noch so eine Kreatur! Mit so einem ... Ede, Ede, Ede 2020. Nein, voll assi, wegen dem Buckel, ne? Ist voll assi. Zum Glück guckt er ... Doch, er guckt den Scheiß da auch noch. Er guckt ja jede Folge. Es tut mir sehr leid. So viele Awards, wie die gewinnt, könnte man sagen, die Lieblingsmarmelade der Marmeladen-Oma ist wohl die Preiselbeermarmelade. Hast du dir den seitdem als ... Seit damals ... Schwingt er noch in meiner Echo-Chamber. Nee. Nicht schlecht? Danke für diesen Applaus. War der für mich? Das ist ein Wehrwolf. Oh! Du ... Alter, hat er dich grade ... Du ... Mit einem ... Das gibt's ja nicht. Ich hör's doch. Sag mal. Da! Wo kommst du her? Wie ... Sag mal, hallo? Hä? Ist doch nicht dein Ernst? Da ist sie. Die Schweinehutter. Das Böse war du hier. Was? Wie, du ist tot? Ja. Ich hab's dann gar nicht gecheckt. Wuhu! Komm! Komm her, du fahrtest du her! Oh mein Gott! Wirklich? Wirklich? Locki, Locki, der will abbauen. Er will abbauen. Nein! Wuhu! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, nein! Oh, 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 oh! Jetzt werden wir's nie erfahren, ob's geht. Oh, er wär da fast reingeplumpst. Können wir ihn jetzt da runterfallen lassen? Oh! Du Scheißvieh! Du dummes Scheiß-Schweinevieh! Guck mal, wie kommt's jetzt? Oh, noch nicht Doppelschweinigkeit aktivieren! Oh, oh! Oh, tot in drei, zwei ... Nee! Schweinehau ab! Oh, hast du Schwein gehabt. Ganz vorsichtig, du schaffst ihn. Warte einmal ab. Ich bin hier, ich drückte diesen Knopf, drückte ich. Ich drückte ihn. Hallo? Ich drückte. Ich drückte um diesen Aus ... Ich drückte. Ich glaubte. Nein, 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 nein! Schnell der Einschlag, direkt aus! Ich bin ... Wieder hab ich es gedrückt! Erneut drückte ich sie. Sie mieses ... Alter, sieh mal, warum machst du das? Weil ich's halt wollte! Ich wollte die Scheißhau einfach kaputt machen! Mit dem Stein, weil's super cool gewesen wär! Ich bin ja original grade. Du bist gleich tot wegen Gegengriff. Super geteimt, ich wollte das nicht ... Nein! Kiesel! Er hat den Kiesel genommen! Er hat den Kiesel genommen! Ich möchte das Ding jetzt aufessen und rauskacken! Oh, nein! Diese Stille! Alter! Jetzt an der Stelle weiß ich es, wird runtergegangen. It's a good idea. Ja, Eis. Ah! Nein! 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 Da! Da wollen wir hin! Wie, das ist ... Dass das überhaupt möglich ist! Rechts vom Brett runter, sozusagen. So? Ich mach's so. Na gut. Oh Gott, mein Atem. Nein! Es ist exakt das, was ich mir gesagt habe! Ja, du hattest recht! Du hattest reeeeeeeechttt! Boah! Alter! Ich seh's, ich seh's, ich seh's! Aus irgendeinem Grund, dass du mal überlebst, an einem Zipfel hängend. Nein! Verfluch es doch nicht! Jetzt schnabbern sie mir den Kopf ab mit dem Tentakel! Alter, was ... Oh Gott, ich hab das ganze Gehirn weggelutscht! Was ist das für ein Wesen? Oh Gott! Alles klar. Lauter Leute, die tot sind. Oh Mann! Oh Mann! Was ist das? Was war das? Oh! Ah! Du dumme Sauhexen-Sau! Da kommen die paar Punkte. Ah! Alter! Ah! Alter, hab ich Glück gehabt! Da hast du richtig gerade Glück gehabt. Ach, shit! Na, immerhin. Nicht direkt tot. Sie sehen nicht stark aus. Um ehrlich zu sein. Oh, nee! Alter! Na gut, wir gehen mal vorsichtig. Alter! So eine Scheiße, Alter! Vorsichtig schnitt Molotow in der Fresse. Ja. Und in ein Po-Po reingegriffen! Voll ins Po-Loch mit einer Splitz-Axt! In ein Po reingegriffen! Ich will nur kurz gucken, ob hier gleich eine Laterne ist. Wahrscheinlich, das wär zu mehr. Ja! Ach, kommt her! Ja! Nein! Oh. Na toll! Warum wirfst du denn auch mit so einer Bewegung nach vorne, du Scheißkerl? Ah, komm, Feuer! Scheiße! Nein! Nein! Was? What the fuck, dude? Es gibt hier wohl auch noch einen Endgegner. Alter, das! Du Sau-Sau! Warum willst du es so unbedingt haben, Nils? Weil es ein Item ist! Und es kann auch ein Haufen Kacke sein. Das leuchtet alles gleich so. Ha! 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 Scheiße! Ich mach die Platte, dann mach ich das. Ah! Was bist du? Ah! Das ist es! Ist der wahre Endgegner! Du bist das, du bist das! Huh! Was ist das? Voll ein Teufels Zeug! Da war wieder was! Ja, 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 ja! Oh, 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 oh! Da rechts ist ne Hexen! Da ist ne Hexen! Ah, ha! Hau dich nicht so denn in dein Gesicht rein! Ich kann nichts machen hier! Ja! Ja! Das war sie! Weg, weg, weg! Noch eine! Wo ist sie? Da! Nimm meine Klinge! Ist sie auf? Ja! Ja! Was? Was? Ich bin tot! Ich hab ihn aber auch ermordet! Verbotener Wald, Hauptlampe, Brücke, Hundekäfig. Verbotener Wald, Haupt, Brücke, Hundekäfig. Das war die Höhle, war das die Höhle, wo ich sagte, Höhle! Ich komme wieder! Ich geh nur kurz um die Ecke gucken und dann kam ich nie wieder! War das diese Höhle? Ja! Es war diese Höhle! Und die hol ich mir jetzt! Das fehlt nur noch quasi der letzte, ne? Ich war kein Kind mehr! Alter! Da, Alka! Guck mal, wo wir sind! Haha! Direkt geil! Das ist der fucking Anfang! Der fucking Anfang! Du machst die jetzt alle! Die kann gleich nur noch auf dem Fischmarkt arbeiten als Aalverkäuferin! Und auch gestorben! What the fuck! Sie lebt doch! Und sie hat sich kalt! Ob wir danach den Weg finden, überlasten wir dem Glück! Und den schmiediges Glück, den bringen wir mit uns zurück! Wir hätten uns den Text überlegen sollen! Wir wussten ja nicht mal, dass Paul diese Melodie einspielt! Paul hätte ja mal was sagen können, aber nein! Paul sagt einfach, wisst ihr was? Ich hab hier nen Gag geplant! Ich hab nen Gag geplant! Überlegt euch mal was! Ihr habt zehn Sekunden! Nein! Schnittmusik! Oh, ist das nice! Hihihi! Das find ich gut! Ah! Die Kutsche! Einsteigen! Ja! Der will aber mit! Keine Hunde in der Kutsche! Ah! Siehst du die Scheiße? Komm direkt an! Hau ab und mach alles besser! Mit der Heilung! Ah! Heile mit Weile! Ah! Nein, nein, nein! Ah! Ah! War das knapp! Stopp! Okay, jetzt muss ich das zu diesen Spinnen machen! Ah! 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 Oh, geil, ein Gargoylski! Hast du gesehen? Der war eigentlich ne Statue und dann war er keine mehr! Ja! Gargoyls machen so was! Guck mal, diese Gargoyls! Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit! Hey! Ich hab dich doch überrascht! Ich hab doch dich überrascht! Aber er liebt dich! Nein! Ganz offensichtlich liebt er dich! Hier sind eigentlich zu viele Geister! Ja! Irgendwas ist hier doch! Irgendwas kommt! Ah! Gargoyla! Ja, ihr Lieben! Es war halt ein mega dummer Abschluss! Aber es war immer ein Abschluss! Es ist mehr als... Du bist... mein... Gewissen! Denn ich hab mir heute die Achilleszene... gerissen! Außerdem wurd ich heut von nem Wolf gebissen! Doch wie sollte ich von seinem Aufenthaltsort wissen? Wissen! Ja, okay! Besser wird's nicht! Wir müssen ganz oben aufhören! Ja! Das waren sie! Eure Schlagerboys! Heute mit Bloodborne! Das Gewölbe hier sieht ganz geil aus, oder? Ja! Oh Gott! Das ist so gemein! Das ist echt gemein! Da werden wir irgendwann nochmal verrecken aus Richtigkeit! Ja! Aufhören! Weißt du noch? Ja! Ja! Okay! Keine Panik! Ich hab Panik! Nein! Ich hab's kommen sehen! Ich wusste... Das war gut! Jetzt ausweiden! Ja! 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 Das ist es! Ja! Ja! Du machst mich fertig, Nils! Ah! Hat die auch zwei Stufen, oder was? Ja, stimmt! Ah! Ach! Das gefällt dem Nils! What the fuck! Alter, warum?! Kannst du meine schlagen? Oh, ist der ekelhaft! Er ist ja so ekelhaft wie ein Ekel! Ah! Ah! Ich muss das! Lauf! Ah! 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 Der letzte Saug! Ah! Cut him! Ah! Ey, sieht das aus wie jemand, mit dem man... Ihhh! Bist du ekelhaft! Soll ich hauen? Okay, du hast den Endboss getriggert! Ah! Spin! Ich hasse spinnen! Ich mag spinnen überhaupt nicht! Weg, weg, weg! Du hast null! Null! Keine Ahnung, wie du das überlebt hast gerade! Weg, weg, weg! Geh! Ich lauf nur noch im Kreis! Das ist ja wie ein Schicksal! Das ist ein Shitstorm auf Twitter, ey! Komm! Oh Gott, ey! Noch ein Hashtag! Du entkommst mir nicht! Oh Gott, ey! Hier ist er! Er hat uns alle stumm geschaltet! Hier! Macht neue Accounts! Scheiße! Wir kriegen ihn! Ah! 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 Jetzt mach sie doch alle! Mach sie alle! Mach alles kaputt! Ja! Ah! Hey! Oh nein! Ah! Stimmt ja, der war ja auch noch! Der alte Grabschi! Alter, Laser! Ich hab's gesehen, ich weiß nicht, was ... Sie kommen zurück bei Knalldurchgenommen Bloodborne. Was bedeuten sie? Was bedeutet das Alternativ? Nun, ich denke, der Wunsch der Menschen manifestiert diese Welt und macht sie begehbar durch Portale. Es ist Ausdruck von Unzufriedenheit und Ausdruck danach, nach etwas anderem zu streben. Oh nein! Was macht er denn jetzt? Das ist bestimmt was ganz Schlimmes! Der frisst mich einfach in, steckt mich in sich hinein! Äh ... Ein, ein, ein unfassbares Wesen, oder? Will trotzdem so lachen, der hat sogar noch meine Seelen. Guck, lacht, lacht ganz lach. Oh! Oh! Warte, ich kann ... Oh! 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 Alter Schwede, ist das ekelhaft. Ich hab's halt auch nicht gesehen. Oh! 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 Hier waren wir aber noch nicht. Ah! Oh! Was? Nils, hilf mir kurz mal. Ups! Alter, das ist ja so geil. Er muss auch runter. Hau ihn! Er ist fast tot! Hau ihn! Ja! Ja! Ah! Ah! Weil er da runtergefallen ist! Ah! Die anderen kommen jetzt auch noch! Zu dem Zeichen des Wechsel-, äh, Jägers wechseln. Ah! Ja, du hast ihn gleich, schieß ihn tot oder so, schieß! Irgendwas! Oh, Mist, er hat sich noch geheilt. Aber jetzt hat er nur 97 ... Schlack! Ja! 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 Hau, hau, hau ab! Hau ab, hau ab! Oh, wie nice ein Stein. Wir haben die Sau gefistet. Ah! Oh nein! Ich guck es erst mal an jetzt. Mir die auch vorne schon so ... Oh, es ist so eklig! Warum? Ja, natürlich! Oh! Oh, ist das widerlich! Ah, sie kommt hinterher! Richtig, 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 richtig übel! Mir ist richtig übel! Ich find das richtig eklig! Ich kann das nicht machen, Nils. Ich muss hier aufhören. Ah! Da, 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 da! Das ist doch nicht zu fassen! Ihr verdammten Ver-Ver-Fickten! Die sind ... Oh! What the ... Achtung, Achtung! What the ... 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 Was, 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 was? Natürlich auch erst jetzt, Alter. So ein bisschen Bedrohungsszenario aufbauen. Ich will mich nur rasieren, keine Sorge, ich tu dir nix. Ja, Simon! Nein! 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 Wie? Das geht? Was? Das geht? Du kannst dich doch nicht kehlen! Was mach ich denn jetzt? Scheiße! Nils, mein Merz, sie ist doch nicht tot jetzt, oder? Bitte sagt mir ... Keine Shit, bitte schnell sagen. Im Moment lacht ihr nur. Ihr müsst jetzt ganz dringend sagen, ist die jetzt tot? Können wir raus? Können wir raus neu laden? Oh Mann, Nils! Nein! Ich wollte cool was machen, ich bin tot! Ich wollte cool was machen, ich bin tot. Das ist auch ... So könnte das Format heißen, oder? Welches Format? Herzlich willkommen zu Simon und Nils. Ich wollte cool was machen, dann war ich tot. Heute Folge 27. Oh, der ist voll stark! Simon! Sie sind mehrfach stark! Was ist das denn? Oh, jetzt kommt auch noch. Vorsicht! Knellhart durchgenommen. Herzlich willkommen zu Rick. Und mein Name ist Nils. Hier ist Simon Kraschmer. Und wir sind jetzt hier auf der Stufe eingelangt. Und ... Ja, lassen die Stufen und bist ganz nach oben. War ich denn jemals böse? Oh, zwei! Oh Gott! Ja, sie schreiten sich! Mit dem zweiten saugt man besser! Darf ich einmal? Ich kann nichts machen! Ich drück schon seit einer Minute nur noch auf Rollen! Oh, er hat sich ein wesentlich Größeres, Unangenehmeres verwandelt. Ja, das war's! Nice! Nice! Scheiße. Sehr gut. In dem fett-mopsigen Amygdala irgendwo. Da, da ist wieder der Scheiße. Oh Gott, die hab ich noch gar nicht gesehen. Der wird direkt wieder ganz anders, oder? Wer hat sich da drin ver... Wer hat es gewagt? Beim Schlag einfach nach vorne rollen? Weil die Achse ist so lange. Und dann... Ich hab deine Mutter gefickt und dann stirbt. Das musst du ihm sagen. Deine Mutter. Als Demütigung. Eruptionshammer. Ah! Nein! Ich bin hier so dumm! Ich hab's auch vergessen. Ich weiß, ich weiß es. Ich weiß es. Ich kam nicht mehr weg, Mann. Scheiße, Mann. Ich war schon so weit drinnen. Alter. Der hat einen Augenmund. Der hat einen Augenmund. Ein Schwert. Das ist ja unfassbar. Hm, das hat Leiterung. Ah! Die Oma! Das gibt's ja nicht. Die Oma! Schatten! Jägerschatten! Ich seh's. Oh, war das geil. Was ein guter Moment. Ich werf mal die Urne. Sag mal, ihr seid doch alle scheiße! Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das kann's doch nicht sein! Raus! Ja, siehst du? Ja, aber es ist das Einzige, was im Moment hilft. Ja, und noch die Rottsdusche. Ich krieg's nicht voll ab. Diese Rottsdusche krieg ich natürlich voll ab. Nein, du Rattengesicht! Da kam ich nicht weg! Was war das? Was genau war das jetzt gerade? Einfach... Du machst ihn, Nils! Du machst ihn, Nils! Du hast ihn! Ja! Fucking Luke! Ja! Gott, Alter! Scheiße! Von hinten! Egal, 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 egal! Das ist nicht schlimm! Nein, Simon! Du, das ist nicht schlimm! Du rückst jetzt aus dem Bild raus! Fünf, vier, drei, zwei, eins, und Schuss! Oh ja, so gut, wie das auch gestimmt hat! Super, jetzt machst du sie, Mann! Ja! Da wird noch was kommen, ich bin jetzt gar nicht... Es kommt auch nix! Doch, ja! Mann, fuck mit! Ja! Gar kein Ding! Komm, bitte in unsere Stadt, Mann! Sag das allen Freunden! Ich weiß, du kannst nicht dafür, aber wo bin ich hier? Ich hab hier jetzt keinen Bock mehr! Ich will hier weg! Das ist ja furchtbar! Triggerst einfach... Du willst weg und triggst einfach raus! Ich weiß, es ist nicht mehr, was ich jetzt machen soll! Geil! Das ist doch... Oh, Mother! In Heaven! Wo ist er denn? Alter, du kommst ja gar nicht dazu ab! Ja, das war ja! Der springt auf dich zu! Der ist ja so geil! Ich hab dich sofort gesehen! Das war's! Das ist so zu kopf! Dieser Spacko! Alter, du hast ihn fast! Er will abhauen! Nee, nee! Nö, nö! Ah! Das war klar! Ich wusste, dass es geschieht! Im Dreiteufelsnamen! Mach ihn alle! Mach wenigstens einmal ihn! Oh! Er hat seinen Freund geholt! Und ich wusste, dass das irgendwann kommt! Das war super! Ich bin hierher und das ist genau das! Die wollten, dass ich in die Falle tappe! Und ich hab ihnen gefallen getan, das zu tun! Ich hab die nicht genommen, im NG-Plus auch noch gemacht, ne? Ja, du bist schon ganz schön cool! Pass auf! Wie suchen sie mich? Nimm's mich! Nimm's mich! Nimm's mich! Nimm's mich! Nimm's doch sonst! Ja, ja, ja! Nichts, aber hinterher! Wenn er gleich abhaut! Ja, jetzt haut er ab! Hinterher! Hinterher! Wollen sie ihn noch schnell! Ja! Ja, Weidegriff! Weidegriff! Nein, ich hab ihn! Nein! Ja, einmal noch und jetzt! One on one! Ja, Vorsicht! Jetzt one on one! Hau ab! Ja! Ja, 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 ja! Geil, geil, geil! Der ist kleiner und dümmer, den kriegst du! Der hat auch keinen Anker! Der hat keinen Anker! Ja! Das ist noch einer wieder oben jetzt! Das ist ein Loser-High! Yes! Nein! Nicht jetzt! Nicht essen! Du lebst! Du lebst! Du lebst! Du lebst! Du lebst mich jetzt nicht essen! Du wirst es überleben! Yes! Oh, wie nice! Komm ran! Komm ran, mein Junge! Wenn du wissen willst, wie du in Bloodborne siegst, dann halt jetzt deine Hand an den Bildschirm! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Jetzt hab ich dir meine Power gegeben. Jetzt bin ich leider wieder schlecht. Aber die Power, die ist jetzt bei dir. Sehr, sehr gut. Oh, ich muss mir kurz in die Hose fassen. Einmal! Weg, weg! Weg, weg! Gebt wieder runter! Gebt wieder runter! Ihr Loser! Das ist ein ganzes Football-Team, Alter! Jetzt ist ja noch einer! Jetzt macht doch mal die blöde Werbung hier! Weg von dem Zoom-Controller! Blop, 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 blop! Nein! Nein, nein! Oh, wie schnell geht das denn jetzt? Nein, 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 ich wollte jetzt wegen den falschen Echten! Aaaaaah! Ja, könnte klappen. Nein. Scheiße! Geh doch! Warum bin ich, warum hab ich das gemacht? Warum bin ich so unfassbar dumm? Ich hab mal kurz gestrackert. Ja! Nein, warum denn? Ja, weil ich zu viel wollte. Warum ist das denn jetzt passiert? Weil, aaaaaah! Dass ich gerade so vor ihm hintänze. Ach. Das ist ja das Lustigste, was hier passiert ist. Das ist ja das Lustigste. Nein! Der Zipfel! Der Zipfel! Der Zipfel! Wieder der Zipfel! Das ist so gut! Der Zipfel rettet! Alter, jetzt verkack ich's aber grade. Nein, 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 alles gut. Das ist deine letzte Fiole. Jetzt musst du ein bisschen aufreißen. Okay. Ja, ja! Yes! Alter, wie gut ist das so? Mh, nee, ey! Der Pizzaschneider ist totes! Ja! Oh, der ist ja auch geil. Wie der Gegner-Design. What the fuck? Was hast du erwartet? Ist doch klar, dass der auch angreift. Nein, hallo! Ich dachte, das Spiel ist vorbei. Alter, ist das wiederwärtig. Boah! Wie der sich da aus diesem Donnersack rausschält. Und flutscht ihn. Ihhh, was hat denn der für'n Schwert? Der voller Herpes. Ist auch noch so an ihn angewachsen. Da kommt man ja gar nicht hin. Okay, jetzt. Ey, aber so oder so. Der macht Spaß, der Typ. Nein, nein, nein. Doch, wir kommen rein noch. Nein, Spaß macht er nicht. Oh, ich dachte grad, du lebst noch. Aber er hätte dich einfach nur vor dich hergeschoben. Ey, oh Gott, warum hab ich was genommen? Ich nehm ab nie wieder was, nehm ich jetzt. Du klingst wie Harajun. Ich bin ein Junkie, ja. Yes, yes, er ist gestackert oder was? Ich seh nichts. Ich seh einfach nichts. Boah, das war so. Weil das Scheißspiel einen nur voll spratzt mit irgendwelchen Effekten. Wieder derselbe Scheiß. Ja. Hat sich die Kamera ge... Ja, aber das war... Oder ist die Kamera? Ja, beim... Hier ist was? Na ehrlich, hier ist es wirklich die Autokamera. Der Fehler war der Tweet von Ede vor vielen, vielen Monaten. Ne... Ja, das... Ja, ja, ja. Nein! Oh, da kam noch dieser Windel... Wiesel... Wumpe... Wiesel... Ah, Fickse! Ich... Das macht irgendwie Spaß, weil's echt herausfordernd ist. Und weil man versteht, wie er funktioniert. Oh! Hat mich das grad von hinten erwischt? Hat mich das grad ... Wuhuhuhu! Erfolg, Erfolg, du kommst wieder rein, du kommst rein. Du hast grad ein Gesicht! Vorsicht! Nils, du kommst ... Ah! Ah! Ruhe! Was? Alter! Hä, was war das denn? Da hat er mich gewitzt in deinem Scheißding! Was war das? Ey, Dreier-Kombo, ne? Was? 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 Deine Ausnahme! Ich hätte einfach ... Nein! Ja, nein! Ah! Ey, nee, einfach ... einfach nicht fair! Einfach nur noch Scheiße, Alter! Weil ich ne feige Pussy bist, Alter! Deine Erbesbläschen rumwerfen, das kannst du! Ja, okay, das kann mir einer erklären, weil ich R2 gedrückt hab. Aber das war aus Versehen, weil das fett in der Hand haltet. Oh, dieser Nachschlag noch, wo kam denn die Spaghetti her, ey? Aus der Unfairness. Bam, 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 bam! Das waren fünf Schläge! Ich hab keinen Bock mehr, wollen wir nicht einfach den abbrechen? Nein! Wir lassen uns einfach woanders hingehen und ein bisschen aufleveln. Abbrechen! Nils, wir sind alle leveled. Es ist das, was alle seit zwei Stunden sagen. Nein. Kennst du die Geschichte von Odysseus, als die an den Sirenen vorbeifahren? Und Odysseus sagt, binde mich an den ... Binde mich an den Mast, damit ich nichts Dummes tu! Ich binde dich an den Mast! Ich binde dich jetzt an den Mast, damit du nichts Dummes tust! Abbrechen! So was gibt's in meinem Wortschatz nicht. Wir hauen die Sau zu Brei. Und wenn's 10 Folgen dauert, oder 15 Folgen! Du dummes Sau! Ähm ... Ist das nicht irgendwie unfair? Ja, das ist unfair. Ist aber auch der krasseste Endgegner. Da haben sie sich was einfallen lassen. Nini, das kommt von dir nicht, ne? Du hast recht, Süd. Nein, du Pimmelgesichtiges! Pimmelgesicht! Pimmel! Gesicht! Immer, immer dasselbe. Warum kann ich's nicht schaffen? Ich würd so gerne verstehen, was hier schiefläuft. Es geht so schnell, ich raffe es nicht. Ich roll jedes Mal nach dieser Nummer, dieselbe Nummer. Und ich roll jedes Mal nach rechts oder links. Ich hab alles versucht, ich weiß es einfach nicht mehr. Und es ist frustrierend, wenn man halt überhaupt keine Ahnung hat, was man falsch macht. Ah! Ja, ne, das hat er ... Keine Sekunde zögert dieser ... Huso, ey! Das ist geil wegen den acht Minuten, das ist geil wegen dem Feuerpapier. Okay, ich hab halt einfach gar nichts. Auf so viele Arten so lustig. Einfach nichts gemacht. Ey, kannst du jetzt bitte auch mal sauer werden? Nein! Muss ich denn immer als einziger sauer werden? Bin ich der Einzige, der Emotionen hat? Was? Wie kann das denn sein? Hm. Es war jetzt nicht im Bild, aber es ist ungefähr wie Jürgen Klinsmann wird ausgewechselt. Und tritt gegen die Tonic. Boah, da bin ich voll in ihn reingeglitscht, ey. Oh, dumm! Ich spür das, ich spür das, das wird ... Ja, du bist ... Sehr, 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 sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ja, Mann, ey! Nein! Du lebst ... Aus irgendeinem Grund lebst du! Mach weiter! Ja, du hast es überlebt. Ja, das ist super, Mann, du hast ihn gleich. Auch mal. Aufgeladenen Blitzschub. Und noch in den Po! In den Po! In den Po, das ist supergut! Ja, das wird ... Das wird ... Heil dich, heil dich. Nein! Jetzt verwandelt er sich. Pass auf. Ja, jetzt. Oh, mal rein! Ja! Ja, das ist gut! Ja, 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 das ist gut! Ja, das ist gut! Sag das nicht! Ja! Nicht hektisch, wenn! Ja! 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 Nils, ich kann noch nicht. Ich bin noch nicht, ich hab noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Vorsicht, Blitz! Blitz, hopp! Ja! 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 Nee! Ja! 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 Jaaaah! Das war so easy! Jaaaah! Jaaaah! Ah, ja, ja, ja. Ähm, das war echt ... Ich weiß nicht, alle schreiben, der war schwer. Ich versteh nicht, was deren Problem war. Was ist los, ne?